Servus, Leute, Kasselgespeck! Und ich darf euch heute wieder ganz gechillt begrüßen. Peppa, guck mal her. Nee, steht gar nicht. Wollen wir jump in, einfach, komm. Kannst du mir irgendwas droppen? Nee. Ich krieg' n Heavy-Snipe-Headshot! Soll ich zu dir kommen? So dumm. Digga. Boah, was war das denn? What the fuck? Was denn? Nun. Wär denn bei dir da so geschrien? Hat's jemand geschrien? Das sind manchmal auf der Straße welche Leute, Digga. Ha, aber so ultra, als wenn er gestorben wär, Alter. Das ist auch ohne Witz. Ja, ich höre manchmal... Kann das mal jemand klippen? Manchmal, manchmal kommen echt zu mir, so schreien. Ich denk' mir auch manchmal, was machen die da unten, Alter. Ich hab' den noch. Ja. Über uns ist noch jemand. Auf Heavy-Sniper. Chill. Ja, direkt nochmal Turnier-Geld. Ja, direkt nochmal Turnier-Geld. Ich hab' ihn. Ich hab' einfach einen getötet. Ich hab' noch einen. Ich hab' noch einen Roboter hinter euch. Zwei Roboter kommen, glaub ich. Ah, Pepper, jump-pack! Ah, Pepper, jump-pack! Ah! Es ist fordnet, was wir grad spielen, oder? Äh, kann mal jemand einen Clip machen, bitte? Was? Ey, ich hab' keinen Bock mehr auf das Spiel, Digga. Pepper, hol' ihn nicht mehr hoch. Noch einen Roboter. Da kommt noch mehr. Durch die Treppe schon wieder! Guck mal, KS. Krieg ich dich? Das ist das sechste Mal, dass ich genockt bin, die Runde, ne? Ja, ein Minis. Äh, wenig HP. Nein. Oh mein Gott, Nico. 255 Kilometer. Ach, den ich gesnipet letztens. Fuck. Der hat 14 HP. Okay. 14. Ja. Oh! Ja, ja. Ja! Oh ja! Was machst du denn? Ja, was machst du denn? Ja, was machst du denn? Ja, was machst du denn? Der cheatet so... Neben die Farmen. Du hast noch mehr Impulse. Bleibt dann wieder fleißig am sinken. Bei 70er Hitze auf den. Jetzt kommt halt noch nichts mehr, ne? Ist mehr als ein Trio. Ich habe ihn schon mal low gemacht. Er hat keinen Shield. Kannst keinen Hitmarker geben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auch leuge Fläche. Das war schon allem. Das war's. Der arme. LOL. Alles ein Schickshot? Krista gehen da auch mal raus an Fortnite Deutschland. In Deutschland gibt es gar nicht mehr, ne? Kann er doch beiden scoren. Da ist ein Gegner. Ich habe den angehittet und der ist voll hoch geflogen. Hä? Magie. Magie. Hä? Ey, mach mal ein bisschen Clip davon. Du musst mal ins Stream gucken. Ja, hast du gesehen sogar, glaube ich. Was anderes. Du musst noch anlooten. Oben in der Mitte ist die Küste. Äh, hä? Ich kann nicht aussteigen. Hä? Chat? Du musst zurück halten. Nein, ich häng im Boden. Was macht der? Leute. Kann jetzt mal jemand clippen? Der ist so in Lust. Hä? Oh. Hast du keine Messer gehabt? Weiß es nicht. Ich hab' ich gefunden. Oh, hier unten. Ich dachte mir auch. Oh, ich brauch' Hilfe. Nö. Auch noch von Lost. Ich bin hier raus. Ich hab' ich... Es sind zwei Biggies. Stimmt. Wir sind im Finale, ne? Ja. Schmecke die. Schmeck, schmeck. Das heißt, 2k haben wir safe, Peppa, oder? Weiß nicht. Wie viel bekommt der dritte? Hä? Wir sind doch... hä? Finale ist doch zwei. Echt? Echt? Stimmt. Jetzt zahlt er uns 500. Wahrscheinlich wie viel bekommt der dritte, oder? Wahrscheinlich, oder? Huch. Ahja. Lauf. Ok, warte. Drei. Zwei. Eins. Mach! Der arme Junge. War schon gut. Guck mal, ich kann den wieder nicht editen, weil du da bist, oder? Das ist so weg. Ok, Erik. Wie sieht die Winstreak aus? Sechster... Oder siebener Winstreak jetzt? Ich will mich nicht sehen. Na ja, nur nach dem Game sieben. Ok. Hast du irgendwas zum Healen? Äh, ne. Aber ich hab'n Jump jetzt. Ah, doch. Oh! Der Flick auf ihn! Huch! Ich hab'n Kämpfer, ja? Ich hab'n einfach aus der Luft geschmackt. Oh mein Gott. Der war mein. Ich hab'n Kämpfer. Ich hab'n Kämpfer. Höh? What? Hallo? Du? Ich hab'n Kämpfer. Ich hab'n Kämpfer. Ich hab'n Kämpfer. Ich hab'n Kämpfer. Ach so. Ach so. Tony Kroos guckt einfach nur so. Ich esse gerade meine Beinhaare. Beinhaare? Wait, du isst deine Beinhaare. Ich hab' meine Knie auf'm Tisch und hab' meinen Mund auf meinen Knien und der ist diesen paar Haare. Ah ja, Pepper. Ich hab' jedes einzelne Teil mitgenommen. Warte mal. Aber der ist für dich Pepper. Einfach ein Stani-Schuss. Nix besonderes. Aber einfach einen normalen Schuss, weißt du. Aber der ist halt einfach für Pepper einen Stani-Schuss. Ah ja. Sehen halt überhaupt nicht. Der kommt glaub' ich auch gar nicht nach hier. Ja, Kellerhaus ist auch jemand. Ich hab' nur eine Infanterie. Ja, das ist so eine Kobi, glaub' ich hier. Hab' einen. Hab' zwei. Grüße. Oh, ich hab' gefrust, glaub' ich. Oh, der da hinten ist One-Hit. Der hat 20 HP. Ich kann ja nur eine. Oh, vor uns. Der hat einen Sniper-Hit. Minus 85. Oh, ne. Oh, lol. Er hat's nicht gerafft. Ja, ja, ja. Ja. So. 3 2 3 2 3 4 Bis zum nächsten Mal.